Grüß euch, ich bin die Simone und unterstütze unser Team Service Desk Koordination. Wir bearbeiten sämtliche Anfragen im technischen Bereich und unterstützen unsere Kollegen bei alltäglichen Problemen. Wir arbeiten hauptsächlich über ein Ticketsystem, wo wir die Tickets sichten, bearbeiten und lösen. Kommen wir mal nicht weiter, befüllen wir die Tickets mit allen Informationen und leiten diese an die zuständige Fachabteilung weiter. Gefällt es dir, dann würden wir uns freuen, dich persönlich kennenzulernen.